Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play zu Donkey Kong Country Returns of the Wii. Mit Aaron. Nachdem wir das letzte Mal die Klapperschienen geschaffen haben, machen wir heute eine bombige Fahrt. Hört sich nochmal nach Fahrt an? Ja, das heißt wir werden wahrscheinlich wieder in der Mine sein. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Und Aaron sicher auch. Ah, okay. Ich muss noch ein paar Minuten warten. Ich bin noch ein bisschen tot vom letzten Part. Mit meinen Herzinfarkten ich da bekommen hab. Ja. Ah ja, wenn ihr ein Klassisches fahren müsst, ist das eigentlich schon gut. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ah ja, eine klassische Fahrt ist schon mal gut. Boah. Äh. Ah, da muss man sich ducken anscheinend. Sehr gut. Noch nicht ein Prozent des Levels gesehen sind schon zweimal gestorben. Aber man kann es ja gar nicht mehr. Ah. Ja, das ist doch eine eisige Stimmung. Ja. Oh Gott. Ja. Das Level macht sich auf. Oh Gott. Und wie sieht es mit deinen Nerven aus Aaron noch alles da? Naja, sagen wir es mal so. Ich lebe doch. Oh Gott. Das ist ja noch ganz gebacken. Kannst du mal rüberfahren und dem einen reinhauen oder so? Alter. Was? Ich hab mich doch geduckt, dachte ich. Und wir haben noch keinen Checkpoint gehabt. Das Level hat's in sich. Muss mal freundlich zu sagen. Ich hab mich ja mal nur gegriffen. Ach ja. Da kommt Freude auf. Da ist doch Achterbahn einen echten Scheiß dagegen. Ja. Das stimmt. Ja. Jetzt kommt er wieder. Bomben der Franz. Ja. Eins, zwei. Jetzt geht er gar nicht wieder zu gerade ab. Dafür sind die Klippen gefahren. Jetzt ein Checkpoint wär mal voll schön, oder? Ja. Gott. Ey, ich könnte jetzt echt mal ein Checkpoint... Nein! Oh Gott. Ich wollte gerade sagen... Obwohl wir haben keine Leben mehr, oder? Na toll. Dann fahr ich einfach mal durch. Doch, wir haben noch. Aber es ist die letzte Chance. Bitte schaff's. Diese blöden Bau. Machst du? So, das war jetzt so die Rache an denen. Ich kann die nicht mehr sehen. Da kommt wieder Bombe, Franz. Den kann ich doch gar nicht mehr sehen, der derf. Ja, klar. Wie der wieder ab geht. Nein! Nein, 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 nein! Oh Mann. Ah Gott. Das heißt, das ganze schöne Level... Nochmal. Gut, dass du in dem Level keinen großen Part dazu leisten musst. Wir können ja das andere probieren, wenn's jetzt wieder nicht klappt. Die Bombe gefahrt. Die ist echt klasse. Und bombig. Voll los. Lass da einfach noch die Gegend spät sein. Ja. Der Bombe, Franz. Sei wieder da. Was denn? Ich hab gedacht, wir sterben schon wieder. Ach was? Nö, wir leben ja noch. Ich hab's nur gedacht, dass wir vielleicht wieder sterben könnten. Aber wir sind noch viel zu gute Pros, als dass wir sterben. Ja. Auf so einem einfachen Spiel. Der Bombe, Franz. Ja, welchen Knall. Der geht voll ab. Du bist hier runtergefahren. Trotzdem kommt er später wieder. Ja, dann wäre Glück als Verstand. Ich schweige. Franz. Irgendwie stirbst du immer an der Stelle. Was soll das heißen? Ich schweige. Ah. Falls du jetzt nicht durch ein 100. Level geschafft wirst, dann am anderen Level wichst du nicht. Und der Franz ist wieder durch. Jetzt geht er wieder ab. Taha! Sterb Franz! Oh Gott! Was? Oah! Oah! Wunderbar! Sind die eigentlich krank oder so, die Entwickler? Was soll die Sch... Oh Gott! Wann ist es denn bitte vorbei? Ja! Oh mein, scheiße! Ich glaub's nicht. Souverän. Ich glaube, wenn wir nochmal damit für alle vier Buchstaben finden. Kleiner Scherz. Der Bomben Franz mit der Riesenbombe am Ende. Die beiden mit seinem Wagen passt eigentlich. Ist mir egal, hm? Aaaaah! Können wir uns wenigstens ein paar Leben... Ah ja doch, wir können jetzt ein paar Leben kaufen später dann. Jo, machen wir jetzt erst die Höhlen hat's? Die Höhlen hat's! Dann Big Boss! Ah ne, da darf ich jetzt erst mal. Du musst halt alleine jetzt anfangen. Ja. Äh... Ai, 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 ai. Huuu! Hakuna Matassa! Ja, irgendwie geht's aber dann ziemlich schnell. Lass mich wieder beim Posteln. In der Welt. Joaah. Oh, wieder so'n Level. Erstmal Bananas für die Nerven. Gut, dass das da um nichts ging gerade. Ach, ja. Da schläft so'n Vieh. Sollte aufwecken. Sollte dicke Fledermaus sieht ziemlich goldig aus. Oh Gott, die macht mir Angst. Ach du scheißt, das ist wieder sowas. Gut, dass ich das... ...das letzte Mal schon nicht so wirklich kannte. Oh Gott! Ich dachte, ich kann sie so zerstören vielleicht. Das war wohl ein... Konntest du doch auch... Konntest uns zerstören. Ich wollte aber das Vieh zerstören. Die dicke Fledermaus, ja, die holt dann wieder jetzt andere kleine Fledermäuse. Wenigstens fliegen sie nur ein in mir hier. Äh. Und gehen nicht noch rund, oder irgend sowas ist dann im Stimme. Beruhigend, beruhigend. Nein. Also nochmal zu erwähnen, das Level-Design ist echt schön. Das Level-Design ist echt schön. Das ist wunderschön. Die Fledermuster. Gut, dass die Schweineback uns wieder einen Jackcon gewinnen muss. Das war's. Oh Mann. Ich hoffe ich mal. Ach, du wirst dich erschrecken. Ja. Der sieht so eklig aus, aber... Erschreckend. Der ist nicht ja weshalb es gehen. Okay. Ja. Da hast du natürlich mal wieder recht. Ja. Jetzt wird's wieder... Hex. Aschisch! Ha! Saschisch? Aschisch! Achso. Das ist total unnötig, dass ich auch jedes Mal wieder gewonnen werde. Noch unnötiger ist, dass du jedes Mal mitschirbst. Ach, ich glaub's nicht. Unser letzter Versuch. Jetzt wär's. Hätte auch gebetet, dass ich neben das Fass gesprungen werde. Oder sowas wie... Ja, ich glaub, wir dürfen's nochmal machen. Ja, sieht ganz danach aus. Es frustriert ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ein kleines bisschen. Mann, die hätte doch einfach weiterschlafen können, oder? Eigentlich schon. Nein, die musste unbedingt aufwachen. Aber dem Schwein, da macht's nix. Nur immer uns. Nicht so, nein. Nein, 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 nein. Ich hab's schon unter Kontrolle. Nein, nein! Bitte. Gott. Bitte. Nein! Dieses scheiß fette, 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 fette Ding. Und ich mein, keinen von uns beiden. Oh Mann, dabei hat's doch eben so gut geklappt. Ja, ja. Alles, deine Schuld ist gescheitert. Ich geb doch schon mein Fest! Okay, noch einen versuchen, dann geht's ins andere Level. Nein! Denk dran! Ja, das war unten, oder? Ja, das dicke Teilen da schon wieder. Oh Gott, jetzt kommt's noch vor. Oh Gott! Mann, ich krieg die Krise! Oh Mann! Willst du wirklich ein anderes Level machen? Ich weiß nicht, was meint ihr? Ja, okay, wir sind nicht live, deswegen könnt ihr's jetzt schlecht in die Kommentare schreiben, aber... Mist, jetzt habe ich's ausversehen nochmal ausgewählt. Ausversehen. Ausversehen. Nur weil du uns weiter quälen musst. Du bist ziemlich krank. Ja, ich bin... ja. Wir schaffen's diesmal. Vielleicht. Das hängt an dir. Ich kann ja hier nicht fahren. Gar nicht so schlecht im Moment. Das hätt ich jetzt nicht zu sagen. Ja, das war der größte Fehler überhaupt. Oh, jetzt müssen wir, dass wir da oben kommen. Und dann kommt's dann wieder... Dann kommt's dann wieder da... Dann kommt's dann wieder oben, das noch schwerer. Tididid! Gut, dass er noch mal von hinten kommen muss. Nein! Und genau da durch die Hüfte zu kommen ist ja auch nicht schwer. Absolut. Oh Gott! Irgendwas noch, ich hab' gefeuert. Das geht noch weiter. Ah, schön. Sind wir schon einmal gestorben? Nein, oder? Ah, ich dachte ich hätt's geschafft, jetzt kommen wir in diese Pläne noch mal. Jetzt schießt's auch noch! Das gibt's doch nicht! Das gibt's nicht! Schnell spring rein, schnell spring rein! Oh Gott. Und dann schießt's jetzt auch noch. Was geht denn bei der ab? Die ist krank im Handy. Ich weiß nicht, ob die von ihrem Mann verlassen wurde oder so, aber irgendwas... Die hat irgendwelche psychischen Probleme! Und die lässt sie an uns aus. Wir werden das leider nie schaffen. Sag niemals nie. Okay, nie. Ach, warum mit deiner... Jetzt lief der Anfang so so gut und jetzt geht's wieder bergabend. Wir sind so scheiße! Kann! Fledermaus! Ach, Mann! Was? Es gibt es nicht! Es gibt's doch nicht! Unser letzter Trial, dann gibt's ein anderes Level. Das hab ich nicht gehört. Das hab ich nicht gehört. Wenn ich so gut bekomme, ist es 40 Bar zu langweil, wenn ich wieder muss. Damit hast du vollkommen recht! Okay, Leute. Ich glaub, wir beenden den Part jetzt. Ähm... Ja. Und, äh... Wir probieren's als nächstes mal mit einem anderen Level, weil... Wir sind nicht in der Lage, das Level zu schaffen. Das würd ich jetzt nicht sagen, wir sind ja schon kurz vorm Ende, aber... Aaron hat aufgegeben. Ja, schiebt das auf mich! Und wer sich aufgegeben hat, der... Der nimmt jetzt mich als Ausrede einfach, weil er ja selbst keine Lust mehr drauf hat. Bevor er seine Wii gegen die Wand wird, fär mir lieber damit auf. Ich würde meine Wii nie gegen die Wand werfen. Auf keinen Fall. Wie gesagt, wir... Nur gegen den Boden. Wir haben den Part jetzt schon beendet. Und, äh... Ach, verdammt, jetzt hab ich ja noch mal draufgeklickt, sowas. Na ja, gut, dann... Müssen wir's wohl noch einmal versuchen. Ein letztes Mal. Na... Ich hasse dich, hab ich dir das schon mal gesagt. Ja, vor ein, zwei Parts, aber... Ich weiß, dass du's nicht ernst meinst. Mhm. Dann denk das mal. Wenn's in deinem Messer geht. Mir geht's besser, wenn wir dieses Level hier geschafft haben. Ohh... Ich kann das scheiß Bundeslevel nicht mehr sehen. Hallo, das ist das Schönste an diesem Level. Das Allerschönste, okay? Jerry, die Federmaus. Ja, die blauen Fetten. Die anderen Nerven sehen. Mann, diesen Part hab ich doch schon hingekriegt. Den Part hab ich doch schon geschafft! Ahhhh... 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 Wir sind einfach so gut. Perfekt. Das ist unglaublich. Naja... Wir werden's schon schaffen, jetzt. Geri ist wieder da. Vielleicht kommt Geri von oben. Geri kommt du mal von oben. Ich muss erst durch diese Scheißmitte da durch. Ja, genau. Erst durch diese Scheißmitte, durch diese Scheißmitte, durch diese Scheißmitte, durch diese Scheißmitte... Aber noch ist nichts erreicht, wie wir wissen. Lass sie schweichen. Ja, und jetzt geht's erst wieder los. Jetzt kommt wieder... Ohne Witz, das... Das wird ja auch mal versuchen werden. Ist jetzt eh unser letzter. Ja. Und diesmal wirklich, weil ich hab keine Nerven mehr dafür. Nein! Okay, das war's. Ich hab echt keinen Bock mehr. Es ist... Ich hab glaube ich noch einen Versuch. Oh Gott! Mann! Diese Scheiß Fledermaus! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Wisst ihr was hasst es, Leute? Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr... Was hasst ihr so richtig? Also ich hasse Jerry. Mit die Fledermaus. Ja. Ich hasse sie auch. Und zwar von ganzem... Von ganzem Herzen. Nein! Von ganzem... Von ganzem... Von ganzem Herzen! Und wir wenden jetzt diesen Part und wir hoffen, ihr schaut das nächste Mal wieder zu, wenn es heißt, Marco und Aaron spielen. Donkey Kong Country. Wie konntest ihr uns das nur antun? Ich muss Aaron jetzt trösten. Aber ich glaube ich spring lieber aus dem Fenster. Also bis dann. Tschau!